Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Futures Handel mit dem Seer Trader und wir machen diese Webinarreihe jetzt auch schon länger mit Heiko Behret, ich freue mich sehr, dass er für uns heute wieder die Zeit gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich fast schon umso mehr, dass Sie heute live dabei sind, weil das ist ja für Sie entsprechend ja gedacht, die Veranstaltung und hier haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend auch dem Heiko auch live Fragen zu stellen und bevor ich aber den Bildschirm an den Heiko übertrage, müssen wir wie immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken und abhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig und wird auch immer so sein. Okay, dann lieber Heiko übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Ich wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja, vielen Dank und ja auch von meinem Namen aus herzlich willkommen. Bevor wir jetzt hier einsteigen heute ins Trading und wer die Webinarreihe schon etwas länger kennt, der weiß, ich habe immer einen Ausbildungsanteil für euch und der Ausbildungsanteil ist einfach dafür gedacht, weil am Ende wird man hier in einer halben Stunde Trading jetzt nicht irgendwie großartig zeigen können, ob man jetzt der tolle Trader ist oder nicht und darum geht es ja auch nicht. Es geht ja auch am Ende darum, dass ihr ja was mitnehmt und deswegen mache ich halt immer gerne einen Ausbildungsanteil und was mehr als Idee halt, ja, wo ich halt versuche, Ideen auch an euch weiterzugeben. Jetzt sehe ich gerade schon, ich habe hier wiederum das Datum wieder vergessen. Ich überlese dieses Datum immer. Es ist natürlich nicht der 12.5. So, warte, ich ändere mal noch das Datum. Da bin ich Perfektionist. So, das kann ich nicht haben. So, nachher kommt das noch als Startbild. So, da, 11.8. passt. Gut. Ja, genau. Also, es geht so ein bisschen auch darum, ja, dass ich eigentlich euch einfach so ein bisschen was mit an die Hand geben möchte und der ein oder andere, vielleicht macht es bei demjenigen den Klick und sagt, okay, das macht Sinn. Habe ich noch nie darüber so nachgedacht, habe ich vielleicht noch gar nicht so gesehen. Und beim heutigen Thema geht es so ein bisschen um die Kreativität beim Finden von Setups. Denn überall liest man, wie die Leute abstöhnen und demotiviert sind, weil sich die Märkte halt kaum bewegen, wenig bewegen, ganz komisch. Kackmarkt hier, mal da, mal dort. Ja, Leute regen sich eigentlich nur auf und da, ja, diese Negativität im Trading zum Markt hin, führt natürlich auch durchaus immer, dass man sich auch vielleicht gern mal anstacheln lässt vom Markt oder dass man halt einfach, ja, auch denkt, okay, da kann nichts passieren und sieht gar nicht die Risiken, die man vielleicht dort eingeht. Und wenn man vielleicht dann auch feststellt, dass das, was man bis jetzt gehandelt hat, irgendwie überhaupt gar keine Früchte trägt, vielleicht auch das, was man gelernt hat, dann empfehle ich vielleicht hier genau jetzt ein bisschen aufmerksam zu sein, nämlich bei der Kreativität beim Finden von Setups. Denn zum Beispiel einer meiner Grund- oder auch Aussagen, die ich in dem Grundkurs Sculptrading mache, ist, dass ich auch immer sage, ihr lernt hier zwar das Grundzeug, aber aus diesem Grundzeug heraus ist es halt auch wichtig, sich selber weiter zu entwickeln, eigene Ideen zu bilden, sich zu hinterfragen, was mache ich? Und wenn man genug Datenmaterial hat, eine gewisse Datenbasis hat, dann kann man da auch anfangen, kreativ zu werden. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Kochen. Am Anfang sollte man so ein bisschen nach dem Grundrezept kochen und irgendwann macht man es halt aus dem Handgelenk heraus. Man kriegt das ungefähr mit, wie viele gewisse Sachen halt einfach sind. Also da sehe ich 100 Gramm Mehl oder so. Irgendwann kriegt man vielleicht mit einem Auge mit, was 100 Gramm Mehl, wie die halt aussehen, wenn man die halt auf den Tisch kippt für einen Pizzateig oder so. Und ja, je länger man dabei ist und je mehr Daten man auch für sich gesammelt hat, desto kreativer kann man durchaus auch werden oder auch gucken, ob man da was findet. Und darum soll es heute die nächste halbe Stunde gehen oder 20 Minuten. Ich bin eigentlich nicht spitz auf wirklich jetzt heute Handeln, ganz ehrlich gesagt. Ich bin ab morgen im Urlaub, also ich bin zwar am Freitag nochmal da im Büro, aber nur in der Früh. Und dann bin ich, also ich bin schon langsam so im Liegestuhl, wenn man so möchte. Aber das soll ja der Spannung hier keinen Abbruch tun. Und vielleicht werde ich ein bisschen was noch kommentieren, wenn wir sehen, ob vielleicht genau das, was ich euch jetzt gleich zeige, vielleicht sich auch im Markt finden lässt. Und man muss es ja jetzt nicht zwingend live traden, aber man kann es ja auch mal gucken, wie es dann halt rausgekommen wäre und so. Ich denke, es geht ja da auch um euch halt. Gut, steigen wir mal in das Thema ein. Kreativität beim Finden von Setups. Wenn ihr zu diesem ganzen Thema Fragen habt und Anregungen habt, dann haut die Fragen hier rein. Ich muss nur daran denken, dass ich immer hier den Balken nach unten fahren muss, damit ich das sehe. Und dann kann ich darauf reagieren. Gut, also legen wir mal los. Also Kreativität beim Finden von Setups. Die Aufgabe oder das, was man halt als erstes mal machen muss, ist halt Setups zu kategorisieren. Das sollte jeder eigentlich, der am Anfang steht, machen. Irgendwann, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe die Kategorien im Kopf, also ich muss da nicht mehr aktiv drüber nachdenken. Am Anfang ist es aber vielleicht doch ein bisschen anders und man muss dann doch mehr darüber nachdenken. Ich will das erste Thema jetzt, wie kann man das kategorisieren, gar nicht so stark ausweiten. Ich habe mal ein paar Möglichkeiten halt reingestellt oder reingeschrieben, um einfach so eine Idee auch zu geben, wie kann man denn Setups kategorisieren. Oder nach welchen Setups wählt man überhaupt was aus, vielleicht ein gewisses Regelwerk. Und eine dieser Kategorien kann sein, die Volatilität. Die kann man anhand der ATR, der Average True Range, messen. Da ist es egal, welchen Wert ich bei der ATR einstelle, weil wenn der Wert immer gleich ist, habe ich eine Bezugsgröße. Also ich habe halt typischerweise eine ATR von 3 im 5-Minuten-Chart und das ist halt für mich dann ganz klar, dass ich dann sage, wenn die ATR unter 9 liegt oder unter 10 liegt, dann wird es halt schwer für mich zum Handeln. Und sie ist eigentlich jetzt permanent unter 10. Ja, also könnte das durchaus bedeuten, ich handel halt nicht. Also zumindest nicht mein klassisches Setup, wenn ich das damit verknüpfe. Dann kann man es vielleicht auch nach Umsatz halt kategorisieren. Vor allem, wir sind ja jetzt hier im Future Trading. Das heißt, man kann sich unten im Stereo Trader ja gut anzeigen lassen, wie viel Umsatz hat ein gewisser Markt. Und es gibt halt viele Trader, die achten darauf, wie viel Umsätze halt während einer Minute typischerweise oder einer 5-Minuten-Kerze halt typischerweise stattfindet und versuchen dann auch daran zu sagen, gut, der Umsatz ist ja am Ende, wenn man so möchte, das Benzin der Börse oder der Bewegung. Und nur bei gewissen Umsätzen finden auch halt wirklich Bewegungen statt. Und sobald denn das durchschnittliche Volumen einen gewissen Wert vielleicht unterschreitet, kommt man auch vielleicht zu der Aussage, sollte ich halt Setup XY oder irgendwas, das, was ich sonst handele, nicht handeln. Der Timeframe ist halt eine Kategorisierung. Handle ich im Tick-Chart, 5 Minuten, M30, H1, was auch immer. Der Marktzustand prinzipiell kann ich auch meine Setups ja kategorisieren. Handle ich im Trend, handle ich die Range, handle ich einen Ausbruch, handle ich einen Rücksetzer, handle ich einen Fake, handle ich, ach, keine Ahnung, nach was man das dann kategorisieren kann. Und so findet man ja durchaus dann gewisse Punkte, nach denen man seine Trade-Zeit einteilt. Wenn wir uns jetzt mal mit dem Thema Urlaubszeit, Sommerzeit aktuell befassen, was fällt denn da typischerweise auf, wenn ich diese Zeit beschreiben möchte, auf der rechten Seite jeweils 5-Minuten-Charts, dann ist es doch so, dass ich hier das so beschreiben kann. Wartet mal, ich muss mal hier kurz, mich stört hier gerade was. Ich muss mal ganz kurz. So, war ich hier gerade eigentlich gut drin, aber so, jetzt muss ich noch mal kurz. So, gut, also was hier auffällt auf der rechten Seite ist halt, dass wir in der Eröffnung, mein Zeichen tut genau jetzt, wo ist es denn jetzt immer noch? Ich habe hier nämlich so einen Dingsmodus an, dass ich auf einem anderen Bildschirm und folge mir den ganzen Präsentationsmodus sehr. So, jetzt hier, da ist es. Genau, wenn wir uns hier die Eröffnung halt, so, die Eröffnung uns mal anschauen, ich tue sie mal kurz markieren, dann sehen wir, das ist hier 15.30 Uhr, auf der rechten Seite, das ist jetzt hier der NASDAQ, also einmal hoch, einmal runter, wieder hoch, das ist von heute der DAX, einmal hoch, einmal runter und dann auch mal ein bisschen mehr runter und dann doch wieder hoch. Also, das sieht eigentlich fast in jedem Bild auch so aus, dann hier wieder hoch und wieder runter. Also, wir sehen stetiges Hin und Her oder halt ab und zu auch mal eine Richtung. Es gab auch mal den einen oder anderen Tag, wo der Markt dann halt ab 15.30 Uhr dann direkt durch die Kante geknallt ist. Oftmals halt nach 30 Minuten bis einer Stunde nimmt das Handelsvolumen und die Volatilität halt deutlich ab. Ich habe es vorhin gerade sowohl bei Guidance als auch bei der Facebook-Gruppe vom Dörg und auch in meiner Skype-Gruppe online gestellt. Wir hatten vorhin schon wieder sechs Minuten gehabt und in den sechs Minuten wurde, wenn man die Sekunden zusammenzählt, an denen ein Umsatz stattgefunden hat, dann waren es halt gerade mal 51 Sekunden zusammengezählt, an denen sich der Markt innerhalb dieser sechs Minuten nur bewegt hat oder wo ein Umsatz stattfand. Und das ist natürlich schon echt massiv wenig, was los ist. Und ja, auch die Schwankungen war, ich habe jetzt gar nicht geguckt, auf der Preisskala, wie viel und wie viele Punkte sich da der Markt bewegt hat, aber es durften wahrscheinlich keine zehn Punkte gewesen sein. So, dann ein, was noch auffällt, wenn man das Ganze halt beschreibt, ist, dass wir stark überlappende Kerzen im Fünf-Minuten-Chart haben und dass man oftmals vielleicht bei einem klassischen Setup zu spät ist. Also es heißt, mal zum Beispiel, wir handeln bei so einem Markt vielleicht hier, keine Ahnung, muss mir jetzt mal was einfallen, bei so einem Chartbild, wenn das schon da ist, muss ja auch erst mal was einfallen. Als Beispiel, wir handeln hier einen Breakout durch das Lokale hoch und der Markt soll dann halt hier weiter steigen. Ja, und dann geht da halt eine Fünf-Minuten-Kerze drüber und dann geht er wieder zurück. Ja, man handelt vielleicht, keine Ahnung, hier den Breakout durch einen Tief, ja, wartet die Fünf-Minuten-Kerze am Ende ab, um zu sehen, dass sie bestätigt wird, dass wir den Ausbruch hier haben, steigt hier unten short ein, setzt auf weiterfallende Kurse und das ist halt der Debt, weil man halt, ja, was man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht weiß, halt am Tagestief halt short ist, ja. Oder im Ein-Minuten-Chart sieht man halt hier irgendwie einen Breakout, handelt den, ist ein paar Minuten vorne und der Markt kommt halt zurück. Also, oder der Markt steigt, wir sehen hier einen kleinen Rücksetzer, wir steigen hier im Trend ein und dann biegt der Markt halt vorher ab und stoppt uns halt aus. Also, ich denke mal, der ein oder andere sieht halt, dass er halt oft theoretisch bei einem klassischen Setup, zumindestens, was ich jetzt unter klassisch verstehe, klar, da hat jeder immer eine andere Sichtweise halt, dass man da halt oftmals gefühlt zu spät halt ist, weil das Ziel relativ nah ist und die, aufgrund der stark überlappenden Kerzen, das Risiko dann oft halt sehr hoch ist. Also, das kann halt sein, dass wir eine grüne Kerze haben oder hier in dem Fall eine blaue Kerze. Man hat über der Kerze halt, egal warum, einen Triggerpunkt und sollte dann nach seinem Setup, sein Regelwerk, eventuell hier drüber einen Long eigentlich suchen und dann kommt auch die Kerze. Der Markt triggert uns, das heißt, die neue Minuten, fünf Minuten Kerze, nach was auch immer man handelt. Wir gehen nach oben durch, das sieht auch da ganz gut aus, in dem Fall ist ja die Kerze noch blau und dann fängt die Kerze auf einmal an zu fallen und plötzlich fällt die Kerze bis unter das Tief der fünf Minuten Kerze oder ein Minuten Kerze, whatever und stoppt uns halt am Ende aus. Und das heißt, wir sind am Ende der Kerze halt long drin, haben unseren SL hier unten irgendwo, hier und werden dann halt ausgestoppt. Das heißt, das Risiko hier in so einem Trade ist halt recht hoch und die Chance hier oben, das kleine Bereich, war in der Nachbettung halt sehr wenig. Und dieses stetige Hin und Her ist ein ganz typisches Beispiel, wenn wir uns jetzt hier mal das Ganze halt anschauen. Also wenn man jetzt hier auch mal reinzoomt, in dieses hier rein. Ich weiß gar nicht, wie war das hier? Das sieht jetzt nicht gut aus. Aber wir sehen es ja hier vielleicht nochmal auch so angedeutet. Na gut, sieht man jetzt nicht so. Aber wir sehen hier eine fünf Minuten Kerze so deutlich nach unten. Man könnte jetzt denken, oh jetzt kracht der Markt wieder runter und dann baut der halt wieder langsam auf und es geht halt höher, 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 bis man dann halt wieder an das Hoch kommt. Wer hier oben wieder an einem Breakout drängt, oh jetzt aber ab zum Allzeithoch, los geht's, wird wieder enttäuscht, weil der Markt halt ewig nicht aus der Knete kommt und dann schlussendlich doch wieder runterfällt. Also da merkt man halt, dass man eventuell oft zu spät kommen kann. Wer natürlich richtig liegt und sehr früh drin ist und merkt, okay, das läuft alles, der hat natürlich den Vorteil hier auf seiner Seite schon. Also gefühlt ist es so, dass die Trades halt ja meistens ein hohes Risiko haben, zumindest meiner Meinung nach, wenn ich klassisch handele. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob das bei euch genauso ist, also ob ihr auch dieses Gefühl halt habt. Dann jetzt, wie kann man jetzt nun kreativ werden und daraus vielleicht Setups kreieren? Also uns fällt ja schon auf, dass wir geringe Volatilitäten haben, stark überlappende Kerzen und jetzt müsste man halt mal gucken, wo hätten wir denn einen Vorteil im Markt und dazu heißt es dann einfach mal sehr genau in den Markt reinschauen. Also das ist auch ein Weg, den ich, egal mit welchen Sachen, die ich sehe, immer wieder beschreite. Also es ist immer ein und dieselbe Routine. Also wir schauen mal genau hin und was fällt uns ja hier auf an so einem Beispiel? Uns fällt hier auch wieder auf, wir haben stark überlappende Kerzen. Also die Kerze, die schwarze Kerze hier, 5-Minuten-Chart ist das. Die schwarze Kerze hier, die ich jetzt so rot markiere, wird in den Folge 5-Minuten-Kerzen halt komplett wieder umschlossen und der Markt geht halt komplett zurück. Dann haben wir hier zum Beispiel eine Kerze, die schön hoch geht. Danach die nächste Kerze, wer hier auch wieder der Meinung ist, da sollte man mal einen Breakout-Long halt handeln, was ich vorhin gerade gesagt hatte. Ja, man überlegt sich, ah, jetzt gehe ich hier mal long, weil das ist übers Tageshoch und wir sehen gleich ein neues Allzeithoch im Nasdaq. In dem Fall ist das hier der Nasdaq. Dann sieht man auf einmal, die 5-Minuten-Kerze geht komplett runter. Ja, und man würde hier unten dann ausgestoppt werden, was ja okay ist, weil der Markt ist danach ja weitergefallen, aber trotz alledem bleibt es ja so, wenn ich da oben halt, long denke, ist es am Ende nicht richtig, weil ich halt dieses Risiko habe. Klar ist, ich weiß natürlich erst, dass in der Nachbetrachtung, so, oder wenn ich jetzt hier unten der Meinung bin, ich sollte jetzt hier mal short gehen nach der Eröffnung und der Markt fällt jetzt ins Boden loser, dann holt es mich hier auch komplett raus. Und das ist mir halt früher ganz oft passiert, dass ich halt immer gewartet habe, es ist eine Bestätigungskerze, dann habe ich danach gehandelt und dann wurde ich ganz oft auf der anderen Seite rausgeholt. Und ich dachte immer nur, ey, what the fuck, was ist hier eigentlich los? So, und jetzt kann man ja mal überlegen, okay, wie bekomme ich denn hier einen Vorteil, nur an diesem Beispielchart, also was wäre denn, also wo könnte ich denn Kohle verdienen? So, und jetzt gilt es halt diesen Vorteil zu suchen, auch in so einem Chart halt zu überlegen, gibt es hier eine Möglichkeit, die auch vielleicht dann wiederkehrend ist, wo ich einen coolen Trade halt abliefern können. Und einer der Vorteile wäre natürlich, wenn man halt mit Grün, das sind die Einstiege, also entweder am Schlusskurs der 5-Minuten-Kerze, dann mit der neuen 5-Minuten- oder am Tief der 5-Minuten-Kerze dort einen Entry reingehen würde und man würde versuchen, bis ans Hoch der anderen Kerze, also bis ans Hoch der vorhergehenden Kerze zu halten. Wenn das natürlich eingelingt, dann hat man den Vorteil auf seiner Seite, weil, wenn wir uns jetzt mal das Chance-Risiko-Verhältnis hier anschauen, in der Nachbetrachtung, klar, man muss natürlich in live das Ganze auch umsetzen können, aber das wäre hier mein Risiko gewesen, also mein statistisches Risiko, was ich jetzt hier sehe in der Nachbetrachtung, das wäre hier gewesen und die Chance dagegen ist ja um ein Vielfaches höher, das wäre die theoretische Chance gewesen, also ihr seht, der Vorteil liegt genau auf meiner Seite. Das Gleiche kann ich ja auch umdrehen und sagen, auf der Short-Seite schauen wir uns das mal an, dann hier auch nochmal Chance-Risiko, also das Risiko liegt über dem Hoch der Kerze und das ist natürlich ein ganz großer Unsicherheitsfaktor, weil ich ja am Ende nie weiß bei meinem Trade, wo liegt halt das Hoch, also der Kerze. Aber der Vorteil, ihr seht ihn auch hier, liegt eigentlich lockerflockig auf der Short-Seite am Hoch und das kann man natürlich dann für sich nutzen und vielleicht, wenn man hier auch nochmal reingeht und sich das weiter anschaut und überlegt, wo wären denn noch weitere Short-Einstiege, zum Beispiel über den Hoch einer 5-Minuten-Kerze möglich, dann wäre hier zum Beispiel nochmal ein Short möglich und der Markt lief komplett bis runter, wie gesagt, hier bei dem Short wäre es halt ein bisschen, wäre es schon deutlicher nach oben gelaufen und der Best-of-Short wäre der hier gewesen, also wo der Markt dann da runtergefallen ist, bis zum Ende der Minuten-Kerze. Schaut man sich vielleicht mal die Long-Seite an, wo wäre denn unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze ein Long gewesen, dann sähe das hier ganz gut aus, wenn man hier überlegt, man eröffnet hier ein Long, der Markt kommt ja auch bis, war ja da mal oben gewesen, jetzt weiß ich nur nicht, wo war er zuerst, also ich weiß jetzt nicht, ob er erst oben, dann unten war oder erst nach unten, dann nach oben. Kann sein, dass man sogar mit beiden Seiten hier hätte Gewinn machen können. Bei der Kerze hier unter dem Tief, den Long einzugehen, kann unter Umständen dann tricky sein, weil wir uns hier nur kurz erholt haben und hier sieht man halt die Gefahr, wenn die Kerze einfach nicht überlappt, da kommen wir jetzt gleich noch dazu oder auch hier, wenn ich jetzt hier einfach hier am Tief der vorgehenden Kerzen-Long-Trade eingehe und dann sieht man, wie weit der Markt hier nach unten fällt, das kann natürlich dann schon unter Umständen auch teuer werden. Also wir sehen halt, dass wenn wir uns eher also am Hoch der Kerze auf Short fokussieren, dann sieht man, hätte man den Vorteil und wenn wir uns am Tief der Kerze auf Long fokussieren, wäre der Vorteil auch bei uns. Funktioniert natürlich nur in einem Markt, der halt so läuft, wie es halt zur Sommerzeit typisch ist, dass der Markt halt viele überlappende Kerzen haben. Klar, wenn ich das nicht sehe, das heißt, ich möchte halt auch schon gerne ein, zwei Mal sehen, dass der Markt das hat. Ich habe gestern meinen ersten Trade, weil das ist ein, ich habe jetzt den Trade hier nicht reingemacht, hätte ich durchaus machen können, kann ich euch nachher mal zeigen. Also was ich gestern gemacht habe, das ist ein Chart von gestern, ich habe gestern gesehen, okay, der Markt hat hier das einmal gemacht, hier nochmal gemacht und dort nochmal gemacht, also bin ich davon ausgegangen, dass wir dieses hin und her und stark überlappende halt eventuell nochmal fortsetzen und das war dann der Grund, warum ich meinen Trade dann hier oben gewählt habe, also als Short und war da genau am Hoch-Short platziert. Genau. Gut, wo liegen die Gefahren? Ich zeige es nochmal, vor allem bei den Kerzen, wo der Markt halt nicht überlappt. Also als Beispiel, wir sagen, wir gehen hier einfach am T4 Long, der Kerze und der Markt fällt hier einfach nach unten durch und rasiert das ab und dann fressen wir einen Stop loss und dann muss man natürlich sich überlegen, wo wäre denn halt mein Stop? Also wo ist denn hier, was ist der typische Weg, den der Markt halt, wenn es halt gut läuft, ins Minus läuft und wenn es halt nicht gut läuft und das muss man halt rauskriegen und dann halt überlegen, wo ist denn der Stop? Also das ist die nächste Aufgabe, also erstmal zu fragen, wo auch denn der Stop liegt. Genauso auch auf der Gewinnseite dann zu überlegen, wo halt der Gewinn liegt. Auch hier bei dem Trade, wenn man hier oben einen Short Trade aufmacht, am Hoch der 5-Minuten-Kerze, sieht man auch, wie weit der Markt halt zurückläuft und dann wieder erst nur so knapp in den Gewinn läuft. Ja, kann es halt auch sein, dass man da vielleicht vorher schon ausgestoppt wird, eventuell erwischt es einen auch hier oben mit einem Stop loss und dann kommt der Markt halt erst zurück. Aber das muss man dann für sich dann halt herausfinden. Wie gesagt, es sollen ja auch hier nur Ideen sein, die man hierher durchgeht. Dann muss man sich auch überlegen, wie sieht halt mein Positions- und Trade-Management aus? Gehe ich immer volles Brett rein? Bin ich da eher, gehe ich tendenziell mit einer kleineren Positionsgröße rein als in meinem normalen Trading? Und so kann man dann auch überlegen, sollte ich mit Teilverkäufen arbeiten? Sollte ich mit Zielen arbeiten? Sollte ich mit Limits arbeiten? Market Orders? Also das muss man alles dann für sich dann halt überprüfen. Wie sehen denn die Ergebnisse nach zwei bis vier Wochen im Demo-Modus aus? Das ist dann halt auch eine Überlegung. Ja, also ich würde sowas immer erst mal im Demo handeln. Also ich handele das ja selber schon aktiv. Ihr müsst hier auch in der Webinar-Reihe, wenn ihr da weit genug zurückkommt, dann habt ihr dieses Thema über dem Kerzenhoch-Short und unter dem Kerzentief-Long auch im Live-Trading. Also es gab eine Session, da habe ich das auch erklärt, weil ich keine andere Möglichkeit gesehen habe, um in den Markt reinzukommen. Und ich glaube, ich habe da auch ein paar Trades gehandelt nach diesem Motto und das, was ich hier gerade eben vorstelle. Wo es halt oft der Fall ist und wenn der Markt dafür ein Garant ist, dass er das halt oft macht. Warum nicht? Aber die ganz große Frage ist ja auch dann im Demo, bekommt man auch mit, kann ich das handeln? Und ich kenne auch Trader, die haben das auch versucht umzusetzen. Und die haben gesagt, ich kann das nicht. Ich denke, wenn der Markt, also ich kann einfach nicht bei einer steigenden Marke, bei einer steigenden oder weißen 5-Minuten-Kerze, ich kann darüber keinen Short eingehen, weil ich halt immer nur sehe, dass der Markt halt weiter steigt oder weiter fällt. Also ich kann einfach unter einem Tief einer 5-Minuten-Kerze, könnte ich nie einen Long eröffnen. Solche Typen gibt es halt. Und das ist ja auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass man das halt erkennt, dass man das nicht kann. Ja, also dass man hier unter dem Tief halt nicht Long gehen kann, weil man halt nur, weil das Gehirn nur nach unten in die Richtung hier schaut und man sieht halt tiefere Kurse, die dann nicht kommen. Selbst wenn man das nicht Long handeln kann, ist es aber trotzdem ja wichtig, für einen Short-Trader, der halt nur Short blickt, zu überlegen, sollte ich vielleicht erst mal nochmal abwarten, bis der Markt halt ein bisschen nach oben kommt, bevor ich am Tief der Kehrzeit Short gehe. Vielleicht macht das ja gar keinen Sinn, was ich da mache. So. Und wenn man das halt merkt und man merkt das schon im Demo, dass das sehr stressig für einen selber ist und man eigentlich gar nicht daran glaubt oder man das nicht ins Trading integrieren kann, ja, dann ist es das halt nicht. Also glaubt mir, ich habe hunderte von Setups und Regeln und Zeug halt verworfen, weil ich es halt einfach nicht in mein alltägliches Trading integrieren konnte. Es ist zwar cool, darüber zu lesen, das zu sehen, wie andere das umsetzen, alles cool, aber ich selber kann es nicht. Als Beispiel, weil ja auch hier viele auch oder einige aus der Gruppe vom Dirk Hülger sind, vom Steer Trader, ja, ich habe mir halt früher diese Linien halt angeguckt, aber ich für meinen Teil und ich weiß auch, dass die Linien funktionieren, aber ich kann es halt trade-technisch nicht umsetzen und vor allem habe ich halt Probleme, wenn der Markt halt nicht so reagiert, wie es dann halt oftmals sein sollte, ja, dann kriege ich da ein Problem und dann weiß ich nicht, wie gehe ich damit um und vielleicht habe ich dann noch ein gegenläufiges Signal, ja, und dann irgendwann kommt man dann zu dem Schluss, okay, ich habe es versucht, das zu integrieren, es funktioniert bei mir persönlich nicht, also handelt es halt nicht, und bei jemandem anders, der sagt, alles klar, ich habe halt auch das Problem, ich habe die Linien halt nicht permanent vor Auge gehabt und ich habe, ich kann es mir nicht merken, der Dirk, der kann ja jede Linie auswendig, ja, und, aber dadurch, dass er das selber erstellt hat, hat er einen anderen Bezug dazu und, ja, ich habe die Linien trotzdem drin, wenn ich den Dauer halt handele, aber es ist jetzt nicht zwingend so, dass ich mich jetzt danach komplett richte, weil ja auch die Signalgebung ja auf Stundenbasis ja ist, ja, und da kann es halt sein, dass halt um eine Linie ich halt schon fünf Trades gemacht habe, wo halt nach dem, nach der anderen Signallogik noch gar kein Trades zustande gekommen wäre, als Beispiel, ja, und dennoch funktioniert das halt für denjenigen und, ja, und man muss auch trotzdem immer für sich selber halt prüfen, ob man das halt so umsetzen kann oder nicht, deswegen ausprobieren, machen, vor allem im Demo machen und dann gucken, also jetzt nicht im Demo zu gucken, ja, ich mache einfach mal so, sondern auch zu überprüfen, wie denke ich und wichtig wäre halt, vielleicht auch da das Gefühl wirklich zu bekommen, es auch mit der Größe zu handeln, mit der man das selber handeln wollen würde, dann später mal, ja, und wenn das Gehirn dann schon gar nicht mehr wirklich zwischen Demo und Echtgeld unterscheidet, dann weiß man ja auch, wie es sich anfühlt, so, also das halt vom Typ her, aus überlegen, kann ich das halt im Echtgeld integrieren, weil da am Ende, wenn ich bei jedem Trade halt zittern muss, dann ist es, dann ist es das halt nicht, weil ich halt vielleicht nicht davon überzeugt bin, selbst wenn ich es halt vielleicht 100 Mal gesehen habe, ja, da muss man halt überlegen, okay, ich kann das eh nicht handeln, ja, und dann bleibt man halt einfach raus aus dem, aus der Nummer, ja, da hat man es halt probiert, weiß, okay, so was gibt's, ich kann halt überlegen, ich kann zwar nicht handeln, aber ich kann es in meinem analytischen Kontext mit einbeziehen und muss dann halt selber aufpassen, dass ich dann mit meinem Trade, die ich dort machen würde, nicht halt da und ausgestockt werde. Habt ihr Fragen dazu, zu dieser Vorgehensweise? Ich hole mir mal kurz hier einen, die, die, den von gestern das hier her. Wow, da zeige ich euch mal diesen Trade dann. Ja, man muss sich halt trauen, ne? so, nur als Beispiel, wo ist er denn? So viel geschrieben hier in der Gruppe. Also, na, jetzt war ich gerade, ich warte, ich hab's gerade überrollt. Ah ja, da ist er. Genau, also hier ist der Trade von gestern, das, was ihr gerade im 5-Minuten-Chart gesehen habt, ja, wenn man halt sieht, oben unten, da wird das halt ständig abgeholt und ihr seht, genau am Hoch halt Short und ich gehe dann halt gerne immer am, hier entsprechend raus, am Eröffnungs- oder Schlusskurs und ihr seht hier einen Teilverkauf und der Rest ist dann hier unten rausgegangen. Und wenn man das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt von diesem Trade halt sieht, das war das Risiko und das war die Chance und ihr seht ja schon, dass der Vorteil ganz klar, das ist ganz klar schon die Seite, der Vorteil auf meiner Seite, ne? Also rein vom CRV, auch wenn ich natürlich da oben dann auch zitter und überlege, ja, ist es das nun oder ist es das nicht? Also ich meine, ich muss das selber auch immer überlegen. Wie gesagt, und so kann man ja dann entsprechend das dann handeln. Naja, gut, so weit, so gut. mein Problem ist ein Setup für die Range zu finden. Ja, gut, bei der Range, klar, am Ende kann man da genauso den Kreislauf vollziehen, den man jetzt, den Kreislauf vollziehen, den man, den ich jetzt hier gerade auch, gerade eben hier benannt hatte, nehme ich, wo ich mein Zeichen tue, nehme ich, dass man halt hierher geht und sagt, okay, was ist die Grundvoraussetzung für eine Range? Ich brauche halt irgendwie einen klassifizierten Widerstand. Ich brauche irgendwo eine Unterstützungslinie und ich brauche halt vom Verlauf halt her, brauche ich hier irgendwie, ich brauche mal einen Punkt, noch einen Punkt, so und wenn ich dann zwei oder vier Punkte halt habe, dann kann ich halt überlegen, ob ich dann hier ins Range Trading reingehe und versuche dann hier entsprechend, ja, was gibt mir hier das Signal, um hier unten in Long zu gehen, was gibt mir das Signal, um hier in einen Short einzugehen und wo ist dann typischerweise mein Stop in der Range, welche Möglichkeiten habe ich? Also im Grundkurs Skyped Trading gibt es in Summe drei Möglichkeiten, wie man in der Range halt hier einsteigen kann. Wenn man halt den Markt halt gut und genau beobachtet, kommt man eigentlich auch selber drauf, ist halt Arbeit und dann, ja, muss man halt für sich halt schauen, ob man es halt erkennen kann und ob man das halt findet. Ganz ehrlich, ich selber habe ungefähr zehn Jahre lang keine Range gehandelt. Also ich habe zehn Jahre lang, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und ich habe zehn Jahre lang keine Range gehandelt. Zwar früher sogar, als ich damals einen Premium Service hatte, war es sogar so gewesen, dass ich beim Live Trading immer gesagt habe, so Jungs, passt auf oder Mädels, ich handle jetzt die Range, ihr könnt euch schon mal auf den Ausbruch drauf vorbereiten und zwar halt wirklich so. Immer wenn ich Heiko Behrendt gesehen habe, dass jetzt eine Range ist, war es wie, als wenn der Trader Gott sagt, okay, nun hat es auch Heiko Behrendt geschnallt, dass hier die Range da ist und ich bin dann hier long gegangen, ganz klassisch und dann kam halt der Breakout. Und das hat dann einfach irgendwann mal dazu geführt, dass ich halt aufgehört habe, Ranges zu handeln und ja, viele Jahre später habe ich mich dann wieder mit dem Thema auseinandergesetzt, habe dann wieder einen Bezug dazu gefunden, weil auch die Ranges ja heute oft viel, viel länger anhaltend sind als damals. Damals hat der Markt das irgendwie drei, vier Mal halt oben unten berührt oder zweimal nur auf jeder Seite und dann kam halt schon der Breakout. Heute ist ja manchmal so, dass eine Range, keine Ahnung, vier, fünf Stunden teilweise geht und deswegen macht es durchaus auch Sinn, dass man sich dann wieder mit dem Thema auseinanderfasst. Aber wie gesagt, bei mir hat das zehn Jahre gedauert, bis ich das Thema Range ja gemeistert habe. Also wie gesagt, ich habe es einfach auch beiseite gelassen, weil ich habe gesagt, okay, wenn ich in diesem, wenn ich Range nicht kann, warum soll ich es denn handeln? Ja, so, das ist halt dann so eine prinzipielle Frage, weil natürlich jedes neue Setup wirft auch ein neues Problem auf. Ja, als Beispiel, wenn man jetzt in der Range halt Long geht, dann geht man hier Long. Auf der anderen Seite hat man ja aber auch, wenn man jetzt ein Breakout Trader ist, was ich halt schon auch gerne bin, dann habe ich ja hier eigentlich ein Short Trade. Also alles ab hier drunter ist ja ein Short Trade. Sondern jetzt komme ich in die Praktorie. Hier soll ich Long handeln und hier soll ich Short handeln. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn, wenn der Markt hier so rumeiert? Dann wird es ja ganz, ganz gefährlich. So, und um da nicht den Fokus zu verlieren, habe ich dann halt einfach gesagt, okay, ich fokussiere mich halt schlicht und ergreifend auf den Breakout aus der Range und solange diese Range eine Range ist, bleibt die Range eine Range und ich handle sie aber halt nicht. Ist halt manchmal auch zu mirken, wenn man dann vier Stunden dazu guckt und auf den Breakout wartet. Damals, wie gesagt, kam die halt viel schneller und aber das sollte man halt dann für sich dann prüfen. Im Detail kann ich jetzt nicht erklären. Klar kann ich jedes Setup erklären, aber es wäre halt einfach ein bisschen doof, weil die Leute, die den Grundkurs machen, wo es halt im Detail erklärt ist, das Setup jetzt im Detail hier zu erklären. Aber wie gesagt, am Ende in der Range sucht man halt unten die Longs, oben die Shorts. Und was denn das Kriterium dafür ist, ob das eine Candle ist, ob das Volumen ist, ob das ein Indikator ist, was auch immer, das muss man dann für sich dann halt selber herausfinden. So, dann gehen wir mal hier rein und gucken wir mal, was der Nestec hier macht. So, ich muss jetzt hier ein bisschen zaubern, weil, wie gesagt, normalerweise ist das hier mein 4K-Bild und da ist jetzt ich hier bei dem, jetzt hängt das sich hier auf, wartet, das kann dann immer mal passieren, im Switcher. Heiko, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Okay, super. Hab eben schon gesprochen, aber offensichtlich hatte ich Tonprobleme. Nee, alles gut, Dankeschön. Du darfst das auch gerne wiederholen, während ich hier nochmal den... Nee, du hast es dann schon selber gesehen, von daher hat sich das erledigt. Okay. So, warte mal. Stereo, Entschuldigung. So. Gut. So. Wir können ja mal gucken, ob man zum Beispiel, ob heute, ja hier diese Systematik, die wir jetzt haben, oder heute besprochen haben, ob die jetzt hier kommt. Und jetzt, im Detail muss man natürlich dann überlegen, wie man dann diesen Trade halt eingeht, oder ob man den so eingeht. Also prinzipiell, wenn man jetzt hier, wenn man, ich mach mal hier ein Pendlet, schaut mal an. Nee, die meisten so. So, jetzt haben wir hier das Tief dieser, dieser 5-Minuten-Kerze hier unterschritten. Und das heißt, der hier unten wäre jetzt Long. So, und jetzt kann man halt überlegen, was brauchen wir jetzt für den Long? Muss der Markt jetzt, wie muss der Markt hier hochkommen? Wie weit darf er halt hier weglaufen? Was sind das hier? 10 Punkte. Ja. Und was ist, wenn er halt zu stark halt wegläuft? Ja. So, und theoretisch, nach der Systematik wäre es so, alles hier oberhalb von 15.072 im Nasdaq Future, Mikro Future hier, wäre jetzt Long. Ja, wäre jetzt Long und müsste man jetzt nach oben weg gucken. Vielleicht für diejenigen, die jetzt hier gerade den Blick auf den 5-Minuten-Chart so nicht erkennen, mach ich mal den 5-Minuten-Chart only an. Und was mir jetzt halt hier auffällt, seit, ich mach das hier mal kurz alles aus, wir bleiben hier, was mir jetzt hier auffällt, ist, dass wir diese Systematik ja bis jetzt noch nicht wirklich heute gesehen haben. Ja. Also, wir haben jetzt hier zwar ein neues Hoch gesehen, die nachfolgende Kert ist runter, hat das tief hier unterschritten, der Markt ist zwar wieder hier ein Stück hoch gekommen, aber nicht wirklich deutlich nach oben gekommen. Also von daher, wäre jetzt die Voraussetzung, dass wir das, was ich gerade euch erklärt habe, heute handeln, bis jetzt nicht erfüllt, also nicht wirklich gut erfüllt. Von daher würde ich zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier gar nicht sehe, könnte ich das gar nicht handeln. Jetzt haben wir hier einen anderen Fakt, auf den ich immer gerne hinweise, Kerze ohne Lunde, wird gerne mal angehandelt, das könnte hier für den App-Paller auf der Oberseite sorgen, wird halt immer mal wieder gerne gemacht. Kerze ohne Lunde, Kerze ohne Lunde, fünf Minuten schadet sich ganz so, mega interessant, aber, und hier unten haben wir auch noch eine Kerze ohne Lunde, also das wären halt so Levels, die hier noch angehandelt werden, könnten. Wer auch dem Dirk halt lang genug schon folgt, der weiß auch, dass der Doktor auch immer gerne mal danach schaut. Also hier haben wir einige Kerzen, also scheinbar haben wir hier wieder so ein Kaufalko gehabt, ein Kaufalko, der immer mit Beginn jeder neuen Fünf-Minuten-Kerze hier nach den Zahlen hier direkt immer gekauft hat. So und jetzt zum Handels-Session müssen wir jetzt mal sehen, ob das zu hoch ist. Ich würde hier nochmal ganz kurz in die Analyse hier reingehen, um halt einen Überblick mir zu verschaffen, wo wir denn jetzt hier überhaupt hier stehen. So, mal bin ich hier unberogen. So, tja. Okay, also, wir, ja, Stunden schadet ein, so. Wir haben hier mit Periodentrennung, da müssen wir noch so ein bisschen die Tage noch sehen. So, ja. So, also, gestern hier den Abverkauf hier gehabt, bis zum Tag ist tief, vom Vortag, da haben wir uns mal hier gleich eine Linie rein, also bis zum Tag ist tief vom Vortag, kann man sich ja auch rot machen, in die Linie. da sind wir heute drunter gelaufen, Tageshoch vom Vortag. Das haben wir jetzt nicht ganz erreicht, trotz der, die Zahlen sind ja eigentlich nur inline rausgekommen. Ja, also, der Tag ist schon vom Vortag. So, jetzt sehen wir hier auf, ich habe jetzt eine Stunde an, jetzt sehen wir dieses Motto hier, über dem Hoch der Stunde auch, der Abverkauf, sehen wir auch hier. Also, das funktioniert auch auf Stundenebene. Am Ende müsst ihr natürlich selber herausfinden, in welcher Zeiteinheit, ihr euch hier bewegt. Also, wenn man sich jetzt hier vorstellt, über dem Hoch der Stunde, in so einer Trading Range, macht man das Ganze, dann wäre jetzt der Vorteil auf der Short Seite ganz klar. Ziel wäre das Tiefheit der Stundenkerze, oder ab den Zahlen ab 14.30 Uhr, dass wir da jetzt hinlaufen. So, genau. Ja, ansonsten, hier unten wird es natürlich dann richtig interessant, beim Overnight Tief, 14.175. Ja, bis jetzt sei es mal, ist das alles Range-Gedattel. Ja, und dann, wie gesagt, mal gucken, ob hier irgendwo, hier drinnen mal, zwischendrin der Markt irgendwo anhält. Und ansonsten, muss man sich halt hier überraschen lassen, wie der Markt sich tatsächlich hier verhält. Wir sehen schon eher, seit Kassa-Eröffnung, seit 15.30 Uhr, sehen wir schon eher, dass man hier in diese Hochs hineinverkauft. Also, es gibt Akteure, die haben die guten Zahlen genutzt, um hier, oder die Zahlen an sich genutzt, um halt zu kaufen. Und, ja, kann es sein, dass der DAX ein neues Allzeit hochgesehen hat. Ah ja. Oh, ein schöner Squeeze. Halleluja. 15.000. Ah ja, cool. 15.000. 1888. Na ja. Na ja, nicht schlecht. Endlich mal. Ich habe es jetzt nicht gesehen, ich habe die Präsentation vorbereitet, ist mir nur gerade eben an der Seite gerade aufgefallen. Also, das war ja dann doch mal ein schöner Squeeze auf der Oberseite. Ja. Ja. Weil gerade die Frage kam, ob sowas auch auf der Stunde funktioniert, muss am Ende jeder für sich, kann ja jeder im Chart selber rückwärts schauen und gucken, wie oft das funktioniert hätte. Oder holt sich das halt im Stundenchart einfach mal selber her. Ja. Wie gesagt, wie gesagt, ich würde jetzt, und das ist halt, das ist eigentlich das viel, viel Wichtigere, dass wir, ich mache mal ganz kurz hier nochmal weg, was wir einfach hier haben, ist immer ganz wichtig für mich, dass man das auch versteht. Wir haben halt ein Marktumfeld, wo der Markt halt irgendwie halt läuft. So. Und dann haben wir eine Toolbox, also unsere Toolbox, ja, unsere Tools, also unsere Setups, ne. So, da habe ich hier, dahinter steht halt Setup, ich sage jetzt mal Einstieg im Trend, Einstieg im Trend, ich meine mal nur Einstieg im Trend ET, dann steht hier vielleicht M5 oben unten, M5, ja, so, äh, das ist, ich mache jetzt mal einfach nur einen Pfeil hoch, tief, so, ja, und dann haben wir noch ein anderes Setup, das nennt sich hier Box Setup, äh, dann haben wir, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, immer Setups, äh, Strategie, ja, keine Ahnung, was ihr alles auch selber habt. Und jetzt ist es so, ich habe, das ist der Zustand, das ist der Zustand, den ich gerade habe, den Zustand hier. Schön, wenn man Touchscreen Monitor hat. So, und dann muss man jetzt überlegen, welches Tool nehme ich? Nehme ich jetzt das Tool, äh, also dieses Regelwerk, oder nehme ich das hier, ja, also, wann nehme ich was? Und, äh, das muss man lernen, ja, dass man einfach, wie so ein Handwerker, ich komme irgendwo an eine Wand und sehe, okay, ich soll, meine Aufgabe ist es, die Schraube rauszudrehen. Und ich muss jetzt überlegen, was habe ich da erstens für eine Schraube, wie sieht das aus, erkenne ich das? Und zweitens, äh, greife ich dann in den Werkzeugkoffer und, äh, versuche dann diese Schraube mit dem richtigen Setup, ja, mit dem richtigen Werkzeug herauszudrehen. Und wenn ich jetzt halt bei einer Schlitzschraube versuche, mit einem Kreuzschlitz das zu machen, funktioniert das halt nicht, ja. Da zerwirke ich nur die Schraube und am Ende kriege ich das Teil nicht erfolgreich raus. Und so ist es halt auch im Trading. Das Problem halt im Trading ist, dass halt sich ab und zu, während man das, äh, sein Setup aus dem Koffer rausholt, sich die Marktstruktur verändert, sodass, wenn ich halt drangucke, sich die Schraube verändert hat. Und das ist halt das, was mal, was halt viele unterschätzen, dass durchaus auch, ja, der Markt, seine Situation mal verändert. So, äh, das ist halt das, worum es halt immer für mich geht, zu überlegen, ähm, nicht einfach zu sagen, ich handel das halt immer, rein technisch, sondern zu überlegen, was haben wir denn für einen Marktzustand und dann zu versuchen, daraus die richtige Entscheidung halt, ähm, ja, daraus zu treffen. So. Genau. Äh, aktuell für mich, ja, es geht halt, äh, kontinuierlich abwärts. Ähm, hier müsste ich wahrscheinlich jetzt im Ein-Minuten-Chart mal gucken. Ja, im Ein-Minuten-Chart, ähm, was hier im Ein-Minuten-Chart auffällig ist, ähm, ist, äh, oder, ich hoffe, ihr seht das, dass ihr, äh, erkennt, dass wir immer eine, sogenannte Außenkerze haben, also eine Kerze, die halt schön lang und schwarz ist, danach geht's halt nicht höher, ne, diese Kerze auch schön lang, der Markt kommt zwar hier hoch, aber schafft es halt nicht hier drüber, ne, hier oben hat's begonnen, hier oben hat's begonnen, das Ganze, und, äh, seitdem fällt er halt, korrigiert oder konsolidiert hier innerhalb dieser, äh, dieser Außenkerze hin und her, hin und her und dann vielleicht weiter runter. Solange das halt hier, ähm, aufrecht erhalten bleibt, diese Struktur, wie gesagt, wäre das Ziel, dass wir hier irgendwie bis hier runterkommen. So, gucken wir mal, ob wir hier eventuell da reinkommen, äh, zu Ende wäre das Ganze für mich, wenn wir hier per 5 Minuten oder per 1 Minuten das hier rausholen, so. Also, das wäre jetzt mal das, worauf ich hier drauf gucken würde, dass das hier für mich noch tendenziell short wäre, ne, so. Für eine Sache muss man sich ja entscheiden, ne, so. Gut, dann gehen wir hier nochmal auf den Analysechart, da mache ich wieder die Stunde an. Per Stunde haben wir jetzt noch 10 Minuten, 8 Minuten Zeit. Dann müssen wir halt mal gucken, wie hier die Stunde so ausfällt. Dann schiebe ich das immer so weit rüber, so. Gut. So, jetzt gucken wir mal, ob der Markt da drüber geht, per 1 Minuten Close, wenn er nicht da drüber gehen kann, ist okay. Dann könnte man hier vielleicht sogar nochmal in Short Trade eingehen. Okay, ich bin hier mit einem Kontrakt jetzt zu Short drin, wir sind in den Widerstandsbereich reingelaufen. Stop Loss, ach, 17 Euro. Mal gucken, ob wir hier die Minute hier zurückholen. und wenn wir uns jetzt hier den noch einen zweiten rein, das ist okay. So, wenn die Minute jetzt hier oben rausgeht, wird es halt einfach ausgestockt, keine Ahnung, 30, 40 Euro oder so. Wenn die Minute jetzt hier unten schließt, könnte ich auch, es wäre eine halbe Position, also drei Kontrakte wäre jetzt eine halbe Position. Wenn ich ausgestockt werde, wäre auch okay. jetzt gucken wir mal, ob der Markt hier unten schließt. So, jetzt haben wir hier gleich das Ende der 5-Minuten-Kerze. Die Minute darf halt nicht oben schließen, die muss halt unten schließen. Wenn die jetzt unten schließt, dann könnte ich ja auch gleich rausgehen. Sieht eher nach dem Stop Loss aus, oder? Das war knapp. Noch ist die Minute ja nicht fertig. Das wäre jetzt über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze. So, ich mache jetzt hier kurz das aus. Wir schalten mal über 5 Minuten. So, über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze, der Schwart. Ein paar Sekündchen haben wir noch. Naja, knappes Ding. Glück gehabt. Er hat halt auch dazu. Ja, noch wissen wir ja nicht. Mache ich den Stop hier wie eh. Schade. Schade, knapp am Ziel vorbei. Jetzt ein Trade nur BE, waren jetzt nur 3 Euro. Ne, 7. Ne, 2,26 Euro. Schade. Also, kurz waren 20. Ihr habt jetzt gerade gesehen, kurz waren 20. Also, im 5-Minuten-Chart hat er jetzt nicht das wirklich gut gemacht. Ja, bei einer weißen Kerze ist halt immer die Frage, also, da wäre jetzt über der weißen Kerze wäre es halt dann nochmal short, wenn das halt aufgeht. Ja, jetzt können wir uns das hier nochmal im 1-Minuten-Chart hier nochmal angucken, also, wie der Trade hier gelaufen ist, mit dem jetzt hier warten. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch zur so, jetzt werde ich hier mal gucken, ob wir hier oben nach unserer Systematik hier den Short nochmal nehmen. Also, als möglichen Short-Entry habe ich hier diesen Bereich auserkoren. So, einen habe ich mal drin. Dann hier noch einen rein und da noch einen. So, alles per Limit. Mal gucken, wie weit man runterkommt. Ziel wäre natürlich hier das Tief dieser Kerze so darunter. Ja, irgendwie so richtig, wenn man jetzt das Wackeln hier sieht, so richtig wackeln nach unten will es halt nicht. Also, da fehlt halt noch ein bisschen so der Bums. Wahrscheinlich muss ich jetzt überlegen, dass man halt dann hier noch mit 3, 4 Euro mal rausgeht. Ja, es ist halt manchmal auch eine ziemliche Dattelei. So, jetzt gucke ich hier so ein bisschen, ich mache es einfach mal größer. jetzt gucke ich hier da drauf. Also, da will ich auf alle Fälle, hier möchte ich gerne einen raus. Ich habe jetzt ja nur einen drin. Man darf halt nicht erzählen. Also, ich will hier raus. Ja, ich werde jetzt hier rausgehen. So, komm her. Zack. So. Jetzt habe ich den Trade hier beendet. Also, das ist immer so das erste Ziel. Ich gucke halt nur auf diese Eröffnungs- und Schlusskurse, aber prinzipiell hat der Markt jetzt das hier gemacht, was er sollte. Wenn man hier sogar limitiert gehandelt hat, kommt man halt auch genau am Top rein. Und ihr seht jetzt, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich habe jetzt keine 3 Positionen halt reinbekommen, sondern nur eine. Ja, das wäre also eine Position geht dann bei mir hier raus auf der 68. Position 2 wäre raus auf der 60. Das sind 16 Dollar mehr. Und dritte Position geht dann raus auf der 52. Und wenn wir jetzt den, holen wir mal die Handels-Story an. So, wenn wir jetzt natürlich jetzt, ich habe jetzt ja nur Einheit drin gehabt. Aber das wäre dann schon, glaube ich, ein ganz cooler Trade, wenn man sieht, wie dann das CRV hier gelagert ist. Also, theoretisch per Limit, per Limit, wenn man direkt per Limit hier reingeht, wäre hier oben der Entry gewesen. Ich bin halt Market eingestiegen. Ja, und wenn man hier den, das wäre das Risiko, also das, bis dahin das bestehende Risiko und das die Chance. Aber, ja, am Ende, klar, kommt es immer darauf an, was man halt rausholt. Ja, aber, das wäre die Chance, die ich dann realisiert hätte auch, zu dem Risiko. Und, wenn es halt richtig gut läuft, ist das halt Chance Nummer zwei. Und, wenn es noch besser läuft, ist das hier Chance Nummer drei. So. Ja, so. Und, das sieht natürlich dann schon klasse aus, wenn man da oben den Short halt hat. Wie gesagt, limitiert wäre es jetzt natürlich ein bisschen besser gewesen. Ich habe das Market gehandelt. Ich muss auch dazu sagen, ich handel das wirklich immer, fast immer auch Market. Warum? Weil ich jetzt limitiert auch immer, also ich selber, ist ja, ist ja nun mal auch Echtgeld. Ich meine, das ist jetzt nicht viel hier gewesen. Ja, ich habe jetzt irgendwie 16, 16, 16, 16, 16, 18 sind das jetzt hier gerade gewesen. Ich habe ja trotzdem auch immer das, die Gefahr, ich sehe, oder für mich sehe ich natürlich ja auch die Gefahr, dass eventuell, na, komm her, ich muss das hier nochmal neu starten gleich, die Gefahr, dass wenn ich hier oben jetzt in den Short rein gehe und plötzlich wird die Karte so lang, ich will halt eine Bestätigung haben. Das heißt, deswegen komme ich Market oft tiefer rein, deswegen ist mein Risiko halt etwas höher, aber es, für mich fühlt es sich halt auch besser an. Wobei ich halt dann manchmal sage, an manchen Tagen sehe ich dann, dass ich mit meinen Entries halt immer 3, 4 Punkte verschenkt habe. Im Microfuture ist es halt so, 1 Punkt sind plus minus 2 Dollar, 4 Punkte sind halt 8 Dollar verschenkt. Aber man muss es halt auch trauen, das ist das, was ich ja vorhin gesagt hatte. Ja, jetzt gucken wir mal, 5 Minuten Kerze gleich fertig, zum Beispiel ein Regelwerk, was ich auch habe. Eigentlich ist es in der letzten Minute oder vor einer Stundenwechsel halt nicht reinzugehen. So, jetzt könnte man hier sein Short auch anderweitig halt überlegen, halt zu beenden, indem man halt sagt, okay, ich warte zum Beispiel hier noch ab, falls doch noch eine Folgekerze kommt. Also, das kann man ja auch für sich hier versuchen, dann umzusetzen. Aber ihr seht jetzt zumindest die Systematik mit über dem Hoch Short, geht hier so ein bisschen durch. Ich mache hier nochmal einen Ein-Minuten-Chart. Ich glaube, jetzt im Netting sieht man es nicht ganz so gut, weil man sieht immer jetzt nur noch diesen einen Trade. Ich habe das nämlich jetzt umstellen lassen auf Netting Account, um hier mit den Teil-Orders zu handeln. Das heißt, man sieht jetzt hier leider dann nicht mehr die einzelnen Einstiege, wenn die innerhalb einer oder ein oder zwei Minuten sind irgendwie. Ist mir jetzt aufgefallen, der Tage. Und ja, deswegen sieht man jetzt hier die Exits da halt nicht ganz so gut. Wird jetzt bei mir ja alles in einem Trade halt zusammengefasst im Netting Account. Sonst hätte man jetzt hier drei Trades gesehen. Dann müsste man, ja, genau. So, jetzt sind wir hier unter dem Tief schon wieder hoch. Also, jetzt sind wir genau in diesem Modus hinher, hinher. Und das ist genau der Modus, den ich euch heute erklärt habe. Ihr habt aber auch gerade gesehen, wie schnell der Markt hat. Ich mache mal hier zwei, zwei, drei, Vierecke meine ich. Ihr habt aber auch gerade gesehen, wie schnell der Markt hier von da unten aus nach oben gegangen ist. Also, man muss hier halt bereit sein, direkt nach, am Ende der Fünf-Minuten-Kerze zum Beispiel hier dann Limit Buy reinzulegen am Tief der Kerze. Das wäre bis jetzt das Risiko hier von dem Long. Also, man wäre von hier bis jetzt irgendwie acht Punkte vorne. Acht Punkte sind wieder 16 Dollar. Ja, und wenn man das mit ein, zwei, drei Kontrakten dann halt macht, oder wie gesagt, ich handele sowas, das eigentlich typischerweise mit drei, drinnen wäre jetzt vielleicht ein oder zwei wären drinnen. So, jetzt mal gucken, wie weit der Markt hier hochläuft. Ja, und Ziel wäre jetzt, hier wäre auf alle Fälle einer raus bei der 68 und den Rest würde ich halt gucken, ob es halt wirklich bis zur 78 hochläuft. Genau, also so kann man ja überlegen, ob man das dann halt für sich halt anwenden kann, das Gedattel hier an dem Markt, um hier vielleicht noch einen kleinen Euro rauszuziehen. Ja. Ja, also wenn ihr Fragen habt, dann gerne her damit. Ja, wenn ihr vielleicht was nicht verstanden habt oder denkt, Mensch, Böhmische Dorfer, ich kapiere es nicht, erkläre es nochmal, mache ich das natürlich gerne. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt hier was verdiene oder so oder verliere, ja, sondern es geht halt nur darum, auch euch zu zeigen, wie man halt zum Markt halt greifen kann, wenn der halt einfach so bescheuert läuft, wie er gerade läuft, und das ist für mich auch die Aufgabe als Trader, sich halt darin auch immer wieder weiterzuentwickeln, also wo liegt die Chance bei diesem Klavierchart? Habe ich da überhaupt eine Chance? Und ich sage halt immer, ja, wenn man halt mal tiefer reingeht, dann findet man da auch entsprechend sein Regelwerk. Genau. Ja, also wir sehen, ob wir noch bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze auch hier sogar das Frucht noch erreicht, dann wäre es natürlich ein Top-Trade, wenn man dann wieder sagt, okay, das war das Risiko in dem Trade und das die rein rechnerische Chance, die der Markt dann wieder vollzogen hat. Und dann sieht man ja auch, wo man auch noch hätte einsteigen können, wenn der Markt das halt macht. Man muss halt immer überlegen, ob der Markt das halt macht. Ja, das ist halt eigentlich so ein bisschen hier die entscheidende Frage, die man da sich stellen muss. Ich selber handele das Ganze auch nur, also ich übertreibe es jetzt nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe natürlich auch Trades, die mich dann überrennen. Also wo der Markt dann halt, klar, irgendwann hört das mal auf, dieses Gedattel und dann gibt es halt auch mal die Option, dass der Markt halt mal sehr schnell in eine Richtung läuft. Also das habe ich auch immer mal wieder. ich hatte jetzt in jüngster Zeit halt eigentlich Glück, dass ich zur rechten Zeit halt aufgehört habe, bevor es halt losging oder so wie gestern ich das Glück hatte, dass der Markt halt erst über dem Hoch der 5-Minuten-Kerze ist, dann fängt der an zu fallen und ich dachte, okay, das sieht jetzt danach aus, dass der Markt jetzt wirklich nach unten durchläuft. Ich bin halt short reingegangen und dann ist der halt so nach unten gekracht und ich habe da 80 Punkte mitgenommen. Ja, das war natürlich dann schon krass. Also da auch zum Glück, ja in jüngster Zeit glückliche Entscheidung getroffen. Ja, genau, also würdest du jetzt direkt in der nächsten 5 Minuten, also direkt wieder short gehen? Also man müsste sich jetzt darauf fokussieren und ja, wäre jetzt so. Wäre jetzt so. Aber was ich halt nicht mache, ist, ich lege jetzt hier nicht am hoch ein Limit rein und warte da drauf, dass das gefüllt wird. Das kann ich nicht. Also ich möchte zum Beispiel, ich warte halt immer ich würde jetzt warten, bis der Markt da drüber geht, also der müsste jetzt für mich, ich zeichne das mal kurz im Detail, jetzt so laufen, dass er erst hier hoch geht, den Punkt überschreitet und dann am besten vielleicht von mir aus darf er auch eine Minute da oben schließen und dann im Rücklauf, dann würde ich hier den Short erst reingehen. Ich würde nicht, ich gehe nicht per Limit rein. Wie gesagt, ich habe da halt auch schon ein paar Tracks gehabt, wo der Markt dann hier so eine lange Kerze gemacht hat und ich stand dann da per Limit Zell und wurde einfach nur rasiert. Also deswegen, das muss man aber für sich als Trader halt selber herausfinden, weil wenn jetzt der Markt so wie vorhin jetzt gerade hier nur so zwei Punkte drüber geht, dann, also wenn man jetzt sich hier überlegt, theoretisch sind hier so 18 Punkte möglich, also könnte man sagen, okay, von hier aus maximal neun Punkte hoch, das wäre dann der theoretische Stop Loss oder man kann das ja vielleicht auch hier im Fibu so abgreifen, indem man sagt, okay, maximal zwei Drittel darf er hier oben rausgehen und dann müsste er aber spätestens zurückgehen oder man kann das ja noch die eins kleiner, ein Drittel darf der Markt halt oben rausgehen, also 138 Prozent, dann muss er zurückgehen, weiter darf er nicht raus und wenn er dann zurückfällt und ich würde auch jetzt nicht direkt hier am Hoch den Short eingehen, sondern ich würde tatsächlich den Short erst eingehen hier bei 15.072. Worauf ich jetzt aber auch achte ist, auf die Uhrzeit, auf die Uhrzeit müsste ich jetzt auch achten, ja, so, machen wir den nochmal, jetzt gucken wir mal, wie der hochkommt und wie gesagt, kann auch sein, dass der Trade, wenn er wie gesagt halt jetzt nicht nach oben, also wenn er jetzt zu stark hier tendiert, hat er halt keinen guten Trade bekommen, wenn es halt richtig gut wird, dann läuft er halt wieder hier runter, ich würde jetzt auch hier nur eine Position jetzt eingehen und vielleicht noch eine zweite an der 78 und jetzt auch auf die Uhrzeit ein bisschen gucken, drei Minuten noch, zwei Minuten, und jetzt sollte er so langsam hier eintauchen, in das Ganze und ich mache es halt auch so, wenn der Markt hier so die Hälfte der Kerze erreicht hat, dann fliegen die Trades, wenn es doch wieder hochkommt, halt plus minus null raus, weil es kann ja immer noch sein, dass am Ende der fünf Minuten Kerze das hier trotzdem eine weiße wird, das weiß ich ja nicht, ja, ich muss ja am Ende muss ja auch mein Risiko halt im Griff haben und klar, auf dem Chart sieht man, wenn es dann fertig ist, dann denkt man auch manchmal, ah Mist, genau zur Hälfte rausgegangen oder plus minus null wurde es da rausgekickt, ja, also jetzt würde ich jetzt hier den Trade hier wieder da oben BE stellen, ja, jetzt haben wir hier die Hälfte der Kerze erreicht, ja, und wie gesagt, es kann jetzt sein, dass der Markt mich hier rausholt, habe ich am Ende nichts verdient, ja, habe ich am Ende nichts verdient und am Ende in zwei Minuten, das macht der Nasdaq ganz locker, den reichen zehn Sekunden aus, den steht ja plötzlich da oben, aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, ja, mal gucken, ob wir hier unseren Schlusskurs erreichen, hätten wir sogar noch das Frühstück hier verdient für heute, das Abendbrot essen, jetzt mit einer Position, ich bin jetzt sicher 23 Euro vorne, ja, da können wir mal den TI anschmeißen, ach, schade, jetzt habe ich überlegt, ob ich den Stop Loss wegnehme, war zu schnell, aber gut, am Ende ein schöner Trade, ja, fünf Minuten kehrt das noch gar nicht fertig, also, wir sind jetzt hier raus, waren jetzt 26, 85 waren das jetzt gerade gewesen, so, also schauen wir uns von dem Trade halt, das Chance-Risiko-Profil hier ein, das war die Chance, das war das Risiko, ja, weil das wussten wir ja nicht, und das war jetzt der realisierte Gewinn, so, also, was haben wir hier, also Gewinn 16 Punkte, Risiko 6, dadurch, dass wir es ja abgewartet haben, ja, hat man auch ein definiertes Risiko, und wie gesagt, hier im Trade sieht es eigentlich ganz gut aus, also unten rein, relativ nah raus, am Tief der Kerze, bis jetzt eigentlich ein ganz guter Exit gemacht, und Heitedauer, ja, zwei Minuten nicht ganz, Entry, was ist schon 17 Uhr, nee, 16 Uhr, ja, 16 Uhr, 6 und 34, Exit, 16 Uhr, 8 und 17, also, nicht ganz, doch, zwei Minuten, zwei Minuten 17 war der Trade, also, wenn es gut läuft, sieht es halt so aus, wenn es nicht so gut läuft, sieht es auch anders aus, aber, das, ja, man muss es sich halt trauen, ganz klar, und deswegen, meine Empfehlung, das hier ist halt jetzt Echtgeld, ja, also, wie gesagt, es geht halt nicht, Future Handel, oder Nelson, geht schon Future Handel im Demo, ja, also, hier, wie gesagt, geht halt noch, aktuell nicht, ja, also, geht nur Echtgeld im Future, aber das ist jetzt für mich, deswegen, ich reiße es jetzt auch nicht raus, dass hier, dass im großen Handel, ja, im großen, wären es jetzt 285 Dollar, bei sowas gewesen, ja, muss man dann halt überlegen, also, ich bin nicht der Freund davon, ähm, davon jetzt die großen Trades zu machen, aber klar, wenn das halt läuft, äh, ihr könnt das ja gerne hochskalieren, ja, also, ich kenne auch einen Trader, der macht das mit recht hoher Size, ja, und dann ist es okay, ja, man muss es sich halt trauen, das ist das A und O, ja, und so kann man halt hier in dem 5 Minuten Chart, Gedaddel, trotzdem seine Setups finden, und ich, ganz ehrlich, äh, ich war den einen Tag auch wieder erstaunt, ich habe das hier im Mikro gehandelt, mit, mit zwei bis drei Kontrakten, habe da irgendwie immer so ein bisschen hin und her, und, und habe da relativ viele Trades erwischt, und dann gucke ich am Abend aufs Konto, und ich war echt erstaunt, also, ich gucke jetzt nicht bei jedem Trade auf, auf den Account, und dachte mir auch, huch, kommt ja doch was zusammen, ja, aber, wie gesagt, man muss es, man muss es mögen, man muss da eine Sinn, eine Sinnhaftigkeit dahinter sehen, ja, und, ja, genau, und wie gesagt, ich habe jetzt hier gerade versucht, ähm, wollte ich, ähm, bis jetzt war es aber gut, dass ich ja nicht so gemacht habe, einen Trading Stop halt anschmeißen, weil, wie gesagt, manchmal erwischt man den langen Push auf der Unterseite, so, jetzt sind wir wieder unten, theoretisch wäre man jetzt Limit by direkt long an der 56, und wie gesagt, ich mache es wieder anders, ich warte halt ab, und wenn der Markt hier in diesen Bereich hier reinzieht, dann überlege ich halt immer, mache ich es oder denke ich mir, ist es doch trendig, ne, also, wenn er hier reinzieht, und dann muss ich jetzt überlegen, und ihr seht jetzt hier, hier ist ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel, ja, also, man merkt schon, da ist ein bisschen mehr Druck, ja, ja, also, zum Beispiel, jetzt würde ich das nicht mehr machen, ne, also, das wäre jetzt die ersten zwei Minuten, würde ich jetzt, und das wäre jetzt genau das, genau das Problem, das muss ich ja lösen können, und klar, wenn ihr das jetzt noch nie gesehen habt, und stellt euch vor, das ist jetzt genau das Problem, ich bin jetzt hier, Limit long drin, so, an der Stelle bin ich Limit long, hier unten, irgendwie einmal, zweimal, was auch immer, einmal drin, und jetzt rast der Markt hier einfach so runter, dann sage ich mir, okay, dann vielleicht auf einer höheren Zeitebene, vielleicht funktioniert der da nochmal, nochmal, so, dann habe ich hier zwei, drei, fünf Positionen drin, und das Ding kracht nach unten, und ich stehe da und sage mir, ey, what the fuck, so, und deswegen, habe ich fast nie, oder eher selten den Trade, genau am Tief, oder am Hoch der vorhergehenden, fünf Minuten Kerze, sondern, ähm, ja, warte halt ab, und, äh, schütze mich davor, also, das ist halt dann auch die Frage, bin ich mit der anderen Methode öfters besser dran, und lasse ich mich einmal so ausstoppen, versus, ich warte halt, habe dafür ein höheres Risiko teilweise, ähm, weil ich halt nicht genau das Hoch halt treffe, ja, also, die, die, das, was ich ja verpasse, oder weniger verdient habe, in dem Trade hier, waren ja vier Punkte, von hier bis hier, waren ja vier Punkte, die mir gefehlt haben, in dem Falle, weil der Markt nur so knapp drüber ist, ja, und, klar, wenn man jetzt jedes Mal sagt, okay, da nochmal vier Punkte extra, oder hier unten, den Trade haben wir gar nicht gemacht, wenn ich hier genau mit neuer Kerze, Limit bei reingehe, dann hätte ich sogar hier noch einen vollen Trade sogar gehabt, ne, so, und wenn man sagt, in Summe ist es egal, dann werde ich halt hier bei solchen Trades hier ausgestattet, und das ist aber für mich okay, ja, so, ja, wie gesagt, also, die, was, also, wie man sich vielleicht hier noch, das so ein bisschen, vielleicht reduzieren, oder, nochmal, wo könnte mein Stop halt sein, also, ich würde dann halt immer an so einer Kerze einfach, würde ich hier das Fibo zum Beispiel anlegen, und sagen, gut, weil wenn ich ja die Handelsspanne schaffe, durchzuhandeln, so wie hier, ne, dann sollte ich nicht mehr als das gleiche verlieren, also, ergo müsste ich hier spätestens bei ein Drittel der Gesamtlänge der Kerze nach unten dran gebastelt, müsste ich hier rausgehen, also, das heißt, mein Exit wäre dann hier bei 15.040 gewesen, und ich wäre hier entweder mit 1, 2, 3 Positionen, was auch immer, halt draußen gewesen, und deswegen gehe ich halt hier nicht direkt rein, also, jetzt wäre mein Ziel wieder auf der Unterseite, hier natürlich die 15.015, Abpraller am Kerze ohne Lunter, da könnte ich jetzt theoretisch sogar, hier würde ich fast ein Limit reinlegen, aber ich will es jetzt mal nicht übertreiben, so, gut, ja, vielen Dank erstmal so fürs Feedback, also, ich denke mal, da haben wir es, also, ich hoffe, ich konnte euch das, ein bisschen was über diese Herangehensweise sagen, und vor allem ist halt wichtig, dass ihr halt Märkte beobachtet, Feststellungen tätigt, also, vielleicht auch mal eine ganze Woche nicht handeln, einfach nur den Markt beobachten, und zu gucken, wo hätte ich denn einen Vorteil, dann versuchen, daraus was zu basteln, ja, kreativ zu werden, wo ist die Chance, wo ist das Risiko, wo liegen die Gefahren, das, was ich euch heute erzählt habe, und dann kann man ja auch überlegen, klar, nicht jeder Trade wird einen Plus Trade werden, und ihr werdet auch die Stops haben, und am Ende müsst ihr halt immer schauen, kann ich mit diesen Stops, die ich dann bekomme, halt umgehen, kann ich mit den Entries umgehen, oder habe ich so wie, jetzt, wie ich es heute gesagt habe, hier bei einem Trader eher Schiss da, und würde immer den Long-Dot suchen, da oben, und nicht den Short, und werde halt dann ausgestoppt, und wenn ich das halt nicht umsetzen kann, und das kann man im Demo-Modus am einfachsten überprüfen, ihr könnt ja auch den US-Tech handeln, im Demo-Modus als CFD, ihr müsst ja nicht den Future halt handeln, ja, und dann könnt ihr da auch drinnen rumhandeln, und überprüfen, ob das was für euch ist, und so könnt ihr, egal, also, ich will euch halt einfach ermutigen, dass es halt nicht das Setup gibt, die Märkte verändern sich, Volatilitäten verändern sich, und wer halt tagtäglich die Chance haben möchte, am Markt Geld verdienen zu wollen, der sollte halt auch kreativ werden, oder muss kreativ werden, ja, weil jeder Fußballspieler, der immer nach 08.15 spielen würde, der wäre lesbar, der wäre ganz schnell auszukontern, und deswegen muss man da auch ja kreativ werden, damit man halt am Ende vielleicht besser ist als der Rest, und ganz klar, nicht immer wird die Kreativität belohnt, und deswegen ist es auch so wichtig, das natürlich zu überprüfen, und das geht halt nur am besten in Real-Time, sich da vorzusetzen, dass wir mal zwei, drei Wochen machen, und wie gesagt, ich habe, ich trade heute noch öfters im Demo-Modus, um einfach gewisse Strategien auszutesten, ich habe noch zwei, drei andere Strategien, die gerade bei mir am Test sind, wo ich halt nur limitiert zum Beispiel auch arbeite, und merke, okay, das hat mal zwei Monate oder einen Monat total super funktioniert, dann habe ich aber auch gemerkt, wo liegt der Fehler in diesem System, und wann kommt der, und wenn er kommt, habe ich halt festgestellt, wird es extrem teuer, es ist natürlich schön, 19 Gewinntage zu haben, aber wenn man halt nicht das Risiko dann sieht, oder dann erstmal sieht, welches Risiko da drinnen liegt, dann ist halt dann die Frage, ist man bereit, dieses Risiko dafür einzugehen, wenn man halt vielleicht mit zwei Tagen, 19 Tage Gewinn, oder 18 Tage Gewinn verknistert, das ist halt so eine Frage, genau, und das muss man halt, ja, für sich dann einfach überlegen, ob man das handeln kann, also ich kann das, also ich kann das, also ich handele das System total, also ich handele das, was ich euch heute hier gezeigt habe, einsatzweise, ich handele das total gerne, sobald ich das erkenne, dass das kommt, oder da ist, muss ich sagen, handele ich das ganz gerne, es sind für mich oft, in Anführungszeichen, sichere Trades, ja, und man findet halt seine Trades, also wir haben hier, ganz ehrlich, mit die, also ich kenne kein klassisches Setup, wie ich in diesem Kackmarkt, ganz ehrlich, innerhalb dieser 20 Minuten, nach einem Candle-Charten Setup, mir raus saugen kann, ja, kenne ich nicht, ne, ja, und deswegen, bin ich eigentlich mit dieser Art, mit dieser Kreativität, die mich da eines Tages halt, aufgrund meiner Beobachtungsgabe da, angeflogen hat, bin ich da eigentlich ganz stolz darauf, dass ich das auch umsetzen kann, oder, ja, das Thema habe ich bestimmt fünf Jahre lang jetzt nicht gehandelt, also ich habe das bestimmt schon zehn Jahre so im Portfolio, aber ich habe das ganz viele Jahre nicht gehandelt, weil die Volatilität so viele Jahre nicht so weit unten war, und gekommen ist mir dieses Setup damals, ach, das ist ja schon viel länger her, so im Jahr 2003 bis 2005, da bin ich da drauf gestoßen, weil ich da ganz klassisch halt nach Setups gehandelt habe, also nach Candle gehandelt habe, und weil ich dann halt hundertmal hier, ich habe so eine positive Kerze gehabt, und bin dann hier lang gegangen, Stop Loss hier drunter, oder da drunter, wurde ausgestopft, und dachte, oh Alter, das kann nicht wahr sein, und habe mich da aufgeregt, und habe dem Markt die Schuld in die Schuhe geschoben, wie doof man sein kann, und dann sage ich mir, ja, aber das ist ja am Ende keine Lösung, ich muss mich mit dem Problem befassen, dass das so ist, und ich brauche eine Lösung dafür, dass ich nicht jedes Mal da drauf reinfalle, und das Problem damals war im Jahr 2003 bis 2005, wo die Märkte so wohlerarm waren, war, dass ich teilweise manchmal am Tag 10 Punkte Verlust hatte, und ich habe das nicht geschafft, am Tag diese 10 Punkte Verlust wieder reinzutraten, weil der Markt genau sich so bewegt hat, wie er sich heute bewegt, ich meine, dadurch, dass ich schon so lange am Markt bin, habe ich halt sowas im Portfolio, aber für jemanden, der vielleicht jetzt neu ist, oder ein Jahr dabei ist, oder zwei Jahre dabei ist, für den ist das ja, denke ich mal, eine totale Hilfe, also ich meine, ich habe mir das schmerzhaft mit viel Geld, ja, selber arbeiten müssen, ja, und heute kann ich euch sowas halt hinstellen, und das Ganze for free, ja, und, und, und ich versuche auch anzuregen, in der Kreativität, halt, versuchen auch da, was zu finden, ja, und, keine Ahnung, vielleicht handelt ihr im 15-Minuten-Chart, und findet da ganz andere Dinger, oder ihr handelt im 1-Minuten-Chart, oder im Tick-Chart, oder, im 30-Minuten-Chart, und ihr findet auf einmal ganz andere Dinger, und, und sagt, okay, das sieht mal in der Nachbetrachtung, sieht das gut aus, mal gucken, ob das in Realität auch so gut ist, wie sich das in der Nachbetrachtung anschaut, ne, ja, also wenn sowas halt auf dem Stunden-Chart, was wir ja vorhin gerade da hatten hier, ja, ups, wenn sowas im Stunden-Chart hier vielleicht ganz gut ausschaut, aber im Stunden-Chart ist halt natürlich auch ein anderes Brett, ne, das kann halt auch sein, dass der Markt da oben eine Dreiviertelstunde rumeiert, und dann erst in den letzten 5 Minuten so runterkracht, ne, ich meine, das ist jetzt, ist ja nicht gesagt, ne, dass der Markt hier, das nur 1-2 Minuten anhandelt und dann weggeht, ja, kann ja auch ganz anders laufen, ne, und das muss man halt für sich dann halt rausbekommen, ja, ob man das halt kann, aber das ist eure Aufgabe, das ist ja nicht mehr meine. Ja, wer dennoch meinen Rat, ähm, halt immer mal braucht oder überlegt, okay, wie kann ich jetzt davon profitieren, der Hinweis an der Stelle nochmal, wenn ihr auf die Seite Skype-Trading geht, und ihr geht hier auf Partner, oder ihr klickt hier oben einfach auf den Link drauf, ja, und, ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, ähm, sowohl von mir aus oder mit mir, und das nutzen halt auch viele, äh, ein Erstgespräch und eine kostenfreie Coachingstunde, also in der kann man sich ja dann auch genau über sowas erhalten, Heiko, ich habe Probleme hier mit, da mit, dort mit, ja, ist gesponsert bei FX Flat das Ganze, und, äh, ja, das haben viele, ähm, sag ich jetzt mal, schon in Anspruch genommen, mit denen telefoniere ich, bei dem einen oder anderen hat sich auch ein längeres Coaching daraus entwickelt, aber, ähm, das ist nicht mein Ansatz, äh, zumal ich selber aktuell sowieso keine, ähm, längerfristigen Coachings mache mehr zur Zeit, und, äh, aber klar, das hier ist ja, äh, äh, wie gesagt, für euch, und oftmals, ähm, sind diese Tipps und Tricks, die man in, in, ja, in, ja, in grob zwei Stunden an jemanden weitergeben kann, schon auch ausreichen, und können auch zumindestens mal den Ansatz geben, sich in die richtige Richtung zu entwickeln, also für alle, die noch nicht bei FX Flat sind, vielleicht das, ja, so ein kleines Gimmick, um, äh, entsprechend hier, davon zu profitieren, und mit mir direkt in Kontakt, äh, in Kontakt zu treten, genau, also einfach hier auf, Kontoröffnung, mein Name halt angeben bei der Kontoröffnung, und dann wird das alles für euch weitergeleitet, an mich, bitte beachten, ich bin aber jetzt im Urlaub, falls jemand jetzt die Idee hat, ich bin erst am 6.9. wieder im Büro, genau, gut, ja, einfach klasse wie immer, ja, also ich gebe mein Bestes, ja, also, ähm, versucht natürlich das immer wieder, ja, auch euch zu fordern, ja, und, wenn ihr mir auch Feedback gebt, oder sagt, okay, Heiko, ich habe das jetzt mal probiert, ich habe das gemacht, ihr könnt an meine E-Mail-Adresse schreiben, oder über mein Kontaktformular nutzen, auch, äh, da so ein Feedback einfach mal abgeben, ist gern gesehen, ja, unter Kontakt, könnt ihr das durchaus machen, und, äh, sagt hier, ähm, oder schreibt einfach an die Info, Skype-Trading.de, die steht jetzt hier nicht mehr da, die Adresse, ähm, auch hier unten steht sie, schreibt einfach an die Adresse, ja, und wenn ich euch, ja, einen Impuls gebe, der in die richtige Richtung geht, wie gesagt, ähm, lasst es mich wissen, auch freue mich da über jeden, der mir da schreibt, und, ja, gut, ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr selbst beweihräuchert, und, äh, konnte euch hier ein bisschen was mitgeben, war auf alle Fälle ein schönes Webinar, also, mir hat es gefallen, denn meine Kaffeetasse ist noch halb voll, also, von daher habe ich viel erzählt, und ihr, gutes Zeichen, hat wieder, also, ich habe die ganze Zeit schon drauf geschält, ob ich es mache, aber ich habe gesagt, nee, ich mache das jetzt nicht, hier unten so ein bisschen, weil die Kerte ist irgendwie nicht schön hier, dieser Doji ist nicht schön, ähm, ich habe aber woanders schon gesehen, dass der Markt hier unten so ein bisschen, äh, Probleme hat, da durchzukommen, also, hier gab es so, im Orderflow halt, paar Limits, die das gehalten haben, ich habe das im Augenwinger gesehen, aber ich war jetzt so im Redefluss, und wollte jetzt nicht einfach da Limit reinklicken, aber es wäre ganz cool gekommen, ja, ja, wie immer, das Beste vom Profi, fünf Sterne habe ich gerade gekriegt, das ist doch eine Top-Bewertung, ja, so, also, ähm, ja, ich danke euch auch für das Feedback, also, äh, freut mich, und noch viel mehr freuen als das Feedback, freut mich, wenn es für euch in die richtige Richtung geht, denn es ist ja immer noch so, dass halt ja über 70 Prozent der Trader halt verlieren, hier kann man jetzt genauso auch nochmal gucken, ob das Thema nochmal einschlägt, äh, über dem Short, äh, über dem Hoch, der 5-Minuten-Kerze-Short, äh, vielleicht noch ein ganz kleiner Tipp, achtet immer so ein bisschen auf die Uhrzeit, die, äh, der, der, der Nestec dreht immer so zur Viertelstunde immer durch, also alles, was so zwischen Viertel, Halb, Dreiviertel um ist, äh, da gibt es immer mal eine Durchdreher-Kerze, hier, wie gesagt, hier würde ich relativ lange mir Zeit lassen, also ich gehe halt, also ich persönlich nicht, ne, nochmal hier, gehe hier nicht limitiert auf der 52 rein, weil ich habe da, äh, halt meine persönlichen Erfahrungen damit gemacht, und ich will sie einfach nicht machen, wenn einem die Kerze halt überrennt, ne, aber das müsst ihr ja auch für euch rausfinden, ich glaube, wenn ich jetzt hier Short gehen würde, dann würde das irgendwo auf der 46 stattfinden, erst mit hier, äh, 40 oder, äh, 35, ne, vorher würde ich wahrscheinlich gar nicht, äh, short reinkommen, aber je nachdem, ne, ihr seid da noch total, vielleicht auch ungefleckt und sagt, okay, das ist erst mal, das ist erst mal krass, habe ich noch nie so gesehen, ich probiere es mal aus, äh, ich gucke mal, ob das überhaupt umsetzen kann, und dann, ja, werdet ihr ja sehen, ob das funktioniert für euch, ja, ich packe noch einen Stern oben drauf, super, sechs Sterne Hotel, muss ich demnächst buchen, okay, also es war mir auf alle Fälle ein schönes, ein super Webinar, ähm, es hat mir echt Freude gemacht, ich hoffe, man konnte es mir auch anmerken, anhören, ich bin aber dennoch jetzt langsam urlaubsreif, und werde mich dann bald, äh, am Freitag in den wohlverdienten Urlaub, dann verabschieden, und bin dann für euch im September wieder da, und dann geht es auch gleich weiter im September, äh, nämlich mit dem, äh, mit dem nächsten FX Flat Webinar, ich gucke hier gerade auf meinen, 15.9. Genau, 15.9. auf meinen FX Flat Übersichtsterminkalender hier, genau, wieder ein Mittwoch, 15 Uhr, ja, und, äh, ja, ich bin gespannt, was ihr bis dahin erlebt habt, ja, und wenn ihr irgendwie, äh, ja, von irgendeinem, sei es im Grundkurs Skype Trading, oder hier vielleicht sowas vorgestellt ist, auch mal umgesetzt habt, und habt damit Erfolg, dann lasst mich wissen. Ja, das letzte Wort, Nelson, bekanntlich, äh, für den Organisator, ich war ja sozusagen, bin ja nur Gast dieser Sendung, und, äh, versuche mein Wissen an, euch weiterzugeben, ähm, und, äh, ich danke halt auch immer wieder FX Flat dafür, dass ihr das ermöglicht, dass man, äh, das auch in die Welt raustragen kann, was man so in 20 Jahren Trading auch erlebt und mitgemacht hat, ja, und hoffe damit auch ein gutes, ja, einfach gute Ideen für die anderen Trader zu geben. so, so, nun genug geschnattert, mir fällt heute echt der Abschied sichtlich schwer, muss ich gestehen, ich könnte eigentlich noch länger machen, aber, ähm, ich kann, also, ich würde vom Kopf her, ja, aber ich kann nicht und darf nicht, so muss ich es ausdrücken, und, ja, wie gesagt, ja, bin eigentlich, äh, völlig begeistert von dem Feedback her, ich glaube, ich mache mir davon mal einen Screenshot. Also, meinetwegen, äh, müssen wir definitiv nicht aufhören. Das weiß ich. Ja, aber es gibt auch noch andere Personen, die auch gerne was von mir haben möchten wollen. Zurecht. Zurecht, genau, und, ja, ähm, ich freue mich einfach darauf, dass ihr gut, äh, durch diese Zeit hier kommt, und, äh, freue mich einfach darauf, wenn wir uns dann halt im Herbst, also, im Herbst, ja, im September einfach wiedersehen, am 15.09. am 15.00 Uhr, ich werde es wieder in dem bekannten Forum, ja, wieder bekannt geben, und jetzt an der Stelle, Nelson, letzte Wort für dich, und dann vielen Dank an euch, und an alle, für, ähm, die Aufmerksamkeit, für die Teilnahme. Bis dahin, ciao, ciao, euer Heiko. Super, vielen, vielen Dank, Heiko, also, mir hat es auch Spaß gemacht, und, äh, du hast es schon gesagt, wenn ich hier die Feedbacks so durchgehe, ich glaube, den Teilnehmern auch, und, äh, du hast hier jetzt auch den Urlaub verdient, definitiv, ich freue mich schon sehr auf den September, wobei ich wahrscheinlich nicht mit dir das Verbinder halten werde, aber mal schauen, und, äh, bis dahin wünsche ich natürlich auch, ähm, allen, ähm, alles Gute, gute Trades, passen Sie auf Ihre Positionen auf, schön, dass Sie heute, ähm, dabei waren, und, ähm, ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, also, noch eine schöne Woche, bis dahin, ciao. Musik 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 Musik